Ich überlege schon sehr lange. Seltsam. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit der Hoffnung. 2022 habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass wirklich etwas passieren könnte. Dass das politische System, in dem ich seit meiner Jugend hineingewachsen bin, und das seit einiger Zeit spürbare, was im Kopf hat, mit einem Schlag zu zerspringen droht. Ich will gar nicht genau sagen, was mir diesen Eindruck vermittelt.